Welches Verhalten ist richtig? Ich muss den Motorradfahrer vorlassen. Ich muss die Straßenbahn vorlassen. Ich darf als erster fahren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute wieder gemeinsam eine Prüfungssimulation. Bedeutet also, ich zeige euch 30 Fragen aus deiner Theorieprüfung innerhalb von 45 Minuten. Wir dürfen nicht mehr als 10 Fehlerpunkte haben. Jede Frage gibt zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten. Haben wir mehr als 10, gilt die Prüfung als nicht bestanden. Haben wir 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch, gilt die Prüfung auch als nicht bestanden. Diese Frage gibt in dem Fall 5 Fehlerpunkte. Das ist eine sehr wichtige Frage, eine Vorfahrtsfrage. Und die Frage ist, wer darf hier als erstes fahren? Wir sehen eine Trambahn und viele Leute denken sich, oh Trambahn, die darf immer als erstes fahren. Und Fußgänger sind bevorrechtigt und der Radfahrer immer vor dem Auto. Das ist alles Quatsch. Du bist auf der Vorfahrtsstraße, deswegen darfst du als erstes fahren. Also wir sind die ersten, die fahren, dann haben wir hier eine Situation, einen Vorrang. Das heißt, der Motorradfahrer fährt geradeaus, die Trambahn biegt ab, also darf der Motorradfahrer vor der Trambahn. Also richtige Reihenfolge, wir, Motorrad, Trambahn. Ich muss den Motorradfahrer vorlassen, nein, muss ich nicht. Ich muss die Straßenbahn vorbei, nein, muss ich auch nicht. Ich darf als erster fahren. Das ist das Aufhebungsschild und das Aufhebungsschild hebt die Geschwindigkeit und das Überholverbot auf. Es gibt das Verkehrszeichen Überholverbot. Es gibt das Verkehrszeichen, wenn du zum Beispiel auf der Landstraße fährst, da ist ja normalerweise 100 erlaubt. Dann kommt ein Schild mit 80 und ein Überholverbot-Schild. Jetzt kann es sein, dass die 80 durchgestrichen werden. Dann darfst du wieder 100 fahren, aber das Überholverbot gilt immer noch. Und wenn du dieses Schild hast, das hebt sämtliche Streckenverbote auf. Also Überholverbot und die Geschwindigkeitsbeschränkung. Welches Verkehrszeichen gibt Vorfahrt? Das ist die Nummer 2. Das ist die Einzelvorfahrt. Die gibt der Vorfahrt an der nächsten Kreuzung. Also sprich, du kommst zum Beispiel in ein Gebiet, da ist kein Verkehrszeichen an der Kreuzung. Dann weißt du, es gilt rechts vor links. An der nächsten Kreuzung hast du dieses hier, die Nummer 2. Dann hast du da Vorfahrt. Es kann aber sein, dass du in der nächsten Kreuzung wieder kein Verkehrszeichen hast. Also sprich, wieder rechts vor links. Also dieses Verkehrszeichen gibt dir Einzelvorfahrt. Warum kann es gefährlich sein, wenn sie als letzter einer Kolonne sofort überholen, nachdem der Gegenverkehr gerade abgerissen ist? Weil der Überholweg nicht ausreichen könnte. Weil sie damit rechnen müssen, dass auch andere zum Überholen ausscheren. Weil ein eventuell notwendiges Wiedereinscheren in die Kolonne zu einem Unfall führen kann. Also ja, das ist alles, alles, alles richtig. Kolonne bedeutet, dass da einfach viele Autos hintereinander fahren. Und dann neigen natürlich einige Fahrer zur waghalsigen Überholmanöver. Weil ganz vorne fährt der Traktor und dann stapeln sich hinten die Autos. Und dann werden manche ein bisschen nervös und versuchen dann so einzeln zu überholen. Dann im Gegenverkehr wieder rüber und sowas. Und das kann natürlich auch dementsprechend zu Unfällen führen. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? So, hier ist das Stichwort schmale Straße. Bedeutet also, die Straße ist so schmal, dass maximal ein Auto durchkommt. Wenn also ein Auto entgegenkommt, dann kann das nicht einfach an uns vorbeifahren. Sondern wir müssen beide bremsen und ganz vorsichtig muss einer irgendwie in so eine Bucht reinfahren oder so. Auf jeden Fall kommen wir beide nicht aneinander vorbei. Das sagt uns diese schmale Straße. Es gibt nämlich die gleiche Frage auch auf einer breiten Straße. Da können nämlich beide aneinander vorbeifahren. Und das macht im Endergebnis sehr viel aus. Deswegen ist es wichtig, dass Du weißt, was damit gemeint ist. So, also die Straße ist so schmal, dass beide Fahrzeuge nicht aneinander vorbeikommen. Wir haben 50 Meter Sichtweite. Wie lang darf unser Anhalteweg höchstens sein? Das musst Du Dir vorstellen. Von mir so ein großes Maisfeld und so eine Kurve. Hier kommt einer. Hier kommen wir. So, und jetzt sehen wir uns und müssen beide bremsen. Und wie viel Meter Anhalteweg dürfen wir höchstens haben, wenn wir 50 Meter Sicht haben? Ich sage es Dir, es sind 25 Meter, weil wenn wir innerhalb von 25 Meter anhalten können und er innerhalb von 25 Meter anhalten können, dann haben wir nämlich genau die 50. Deswegen 25. Wenn Du die andere Frage hast mit dem breiten Weg, dann kommt natürlich eine komplett andere Zahl raus. Übrigens alle Zahlenfragen, die Du für die theoretische Prüfung benötigst, habe ich Dir im Videokurs erklärt. Unten in der Videobeschreibung kommst Du zu dem Link. Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun? Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt. Fahrzeug sofort abstellen. Bremse reparieren lassen. Also immer wenn Du auf die Bremse draufdrückst, dann sorgt eine Hydraulik dafür, dass die Bremskraft an die verschiedenen Bremsen verteilt wird. Das heißt, Du drückst eigentlich nur auf einen Zylinder drauf. Da ist dann eine Flüssigkeit, also ein Öl, das wird durch Schläuche geführt und dann an die verschiedenen Bremsen verteilt. Mit der Zeit hat diese Bremsflüssigkeit allerdings die Eigenschaft, dass sie Wasser zieht, also Umgebungsfeuchtigkeit. Und wenn Du jetzt Wasser einem Druck aussetzt, also eine Temperatur, dann fängt das Wasser an zu kochen. Dann bilden sich Luftbläschen. Und wenn Du dann nochmal kräftig auf die Bremse drückst, dann kann es sein, dass nichts passiert und dass Du das Bremspedal bis zum Bodenblech durchdrücken kannst, ohne dass das Fahrzeug richtig bremst. So, was sollten Sie jetzt tun? Bremsflüssigkeit nachfüllen würde in dem Fall überhaupt nichts bringen, weil Du hast Luft in der Bremse. Das heißt, die ganze Flüssigkeit muss raus, die alte, und die neue muss rein. Und das muss gleichzeitig passieren. Also während Du die alte absaugst, muss die neue rein, weil wenn sich dann da Luftbläschen bilden würden, das wäre natürlich auch sehr schlecht. Bremse ist immer rotes Symbol. Rot ist Gefahr. Bei Rot fährst Du bitte nicht weiter mit dem Auto. Das heißt, Du lässt das Fahrzeug sofort stehen und lässt die Bremse reparieren. So, vor uns fährt ein Traktor. Die 50 sind aufgehoben. Jetzt dürfen wir wieder 100 fahren auf der Landstraße. Okay, wir werden überholt. Ja, also ich vermute mal, die Frage wird lauten, warum wir ja den Traktor jetzt nicht überholen dürfen. Oh, ähm, jetzt fällt mir gerade ein. Ah, jetzt kommen wir leider nicht mehr zurück. Ähm, ich wurde gestern gefragt, was Aufgabenstellung bedeutet. Also gerade eben, da war ich ein bisschen schnell, aber ich denke, wir werden später sowieso noch ein... Ja, ja, wir bekommen noch zwei Videos, da... Äh, Du kannst Dir das Video fünfmal anschauen in der Prüfung. Wenn Du der Meinung bist, Du weißt, was in dem Video passiert, Du weißt, worauf es ankommt, dann gehst Du auf die zweite Schaltfläche, Aufgabenstellung. Und damit kommst Du dann zu dieser Aufgabe. Du kommst danach aber nicht mehr auf das Video. Das heißt, schau Dir das Video lieber zwei-, dreimal an, bevor Du zur Aufgabenstellung gehst, weil danach, wenn irgendwas in der Frage drinsteht, ähm, ja, kannst Du das Video halt nicht noch einmal anschauen. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? Ich verzichte auf das Überholen. Ich behalte die Geschwindigkeit bei. Ich beschleunige. Also ganz klar, wir verzichten auf das Überholen, denn neben uns fährt ja der rote Tesla. Warum muss eine durchgerostete Auspuffanlage unverzüglich repariert werden? Weil Teile der Auspuffanlage auf die Fahrbahn fallen können. Weil der Motor sonst zu heiß wird. Wegen der Lärmbelästigung. Ja, also die Auspuffanlage soll natürlich dafür sorgen, dass der Schall gedämpft wird. Dementsprechend kann die, kann es zur Lärmbelästigung kommen, wenn die durchgerostet ist. Ähm, wenn sie durchgerostet ist, dann können natürlich auch Teile auf die Fahrbahn fallen. Das wäre nicht so gut, gerade für Motorradfahrer. Und weil der Motor sonst zu heiß wird, ist es absoluter Quatsch. Das hat nichts damit zu tun. Hat sich irgendjemand ausgedacht, die Antwort. Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Welche Ursache kann vorliegen? Eine Glühlampe ist defekt. Der Blinkerschalter ist defekt. So, Achtung! Es gibt zwar nur zwei Fehlerpunkte, aber die kannst du dir auf jeden Fall sparen, weil der Blinker, also die Frequenz von dem Blinker, hast du vielleicht schon mal irgendwo gesehen, da ist einer an dir vorbeigefahren, und da stand einer Kreuzung, und der hat übertrieben schnell geblinkt. Das liegt daran, dass eine Glühlampe defekt war. Und es ist beabsichtigt, damit der, der das Fahrzeug fährt, hört und sieht, dass eine Glühlampe defekt ist. Wenn der ganz normal weiter blinken würde, der sitzt ja im Auto drin, der weiß ja nicht, dass sein Blinker kaputt ist. Also, das muss so sein, damit der Fahrer weiß, dass seine Glühlampe defekt ist. Der Blinkerschalter, also das Relais wahrscheinlich, ist nicht kaputt, denn sonst würde der Blinker nämlich gar nicht funktionieren. Also, das schnelle Blinken soll nur darauf hinweisen, dass eine Birne durchgebrannt ist. Bei technischen Sachen, wenn die Sicherung durchgebrannt ist, kennst du ja, dann funktioniert das meistens nicht. die Einrichtung, ja, der Hupe, okay, also... Betätigungseinrichtung der Hupe defekt. Ja, wenn da vom Schalter irgendwas kaputt ist, dann funktioniert die Hupe natürlich auch nicht. Anlasser defekt hat sich auch jemand ausgedacht. Also, Anlasser ist ja praktisch das Ding, welches den Motor anlässt und hat natürlich nichts mit der Hupe zu tun. So, das kannst du jetzt selber beantworten. Im Prinzip genau das gleiche wie bei der letzten Frage. Natürlich die Glühlampe und der Schalter. Wie gesagt, mit dem Anlass hat das Ganze nichts zu tun. Wie lautet die Faustformel, um den Bremsweg einer Gefahrbremsung auf ebener, trockener und asphaltierter Fahrbahn auszurechnen? Bei einer Gefahrbremsung, das war nochmal geteilt durch zwei. Übrigens, alle Formeln, die du brauchst, Anhalteweg, Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung, Bremsweg, Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung und der Reaktionsweg, findest du im Videokurs unter dem Video in der Beschreibung. In dem Fall, ich sag's dir, Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10. Durch zwei ist der Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung. Und der Anhalteweg, der müsste es dann nochmal den Reaktionsweg dazu rechnen. Sie fahren 40 Kilometer pro Stunde. Bei einer Gefahrbremsung beträgt der Bremsweg ca. 8 Meter. Wie lang ist der Bremsweg unter sonst gleichen Bedingungen bei 50 Kilometer pro Stunde? Das können wir ausrechnen. Haben wir mal im Kopf. Also, die Formel würde lauten Bremsweg. Bremsweg, wie lang ist der Bremsweg? Ach, das ist ja noch einfacher als gedacht. Also, Bremsweg ist ja Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal Geschwindigkeit geteilt durch 10 durch 2. Also, sprich 25 12,5. Verstanden? Die Formel für den Bremsweg ist die Gefahr der Geschwindigkeit geteilt durch 10 mal die Gefahr der Geschwindigkeit geteilt durch 10. Also, sprich 50 geteilt durch 10 mal 50 geteilt durch 10 sind 25. Und jetzt den Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung. Also, sprich, du gehst voll in die Eisen. Dann teilst du die 25 nochmal durch 2. Dann kommst du auf die 2,5 Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung. Und wenn nach dem Anhalteweg gefragt ist, dann brauchst du die Formel für den Reaktionsweg plus die Formel für den Bremsweg. Und wenn die wenn nach dem Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung gefragt wird, nimmst du den Reaktionsweg plus den Bremsweg und den Bremsweg teilst du durch 2 wegen der Gefahrenbremsung. Wozu können bereits geringe Mengen Alkohol führen? Zu einem Nachlassen der Höhe- und Sehleistung? Zu verzögerter Reaktion? Zu riskanter Fahrweise? Ja, alles richtig. Das kreuzen wir alles an. Sie fahren auf einer neu angelegten Straße durch bewaldetes Gebiet. Womit müssen Sie rechnen? Auf neu angelegten Straßen sind Wildunfälle nicht zu erwarten. Wild überquert unerwartet die Fahrbahn. Mit einem Hindernis durch einen Wildunfall. Ja, also wir gehen natürlich immer vom Schlimmsten aus und das wäre, wenn Wild auf die Straße rennt und deswegen kreuzen wir das an. So, jetzt haben wir noch einen Film und jetzt zeige ich dir gleich nochmal auf, was ich vorhin hinaus wollte mit dieser Aufgabenstellung. Also du kannst dir den Film anschauen, einfach drauf tippen. In dem Fall geht es um den Radfahrer, der sich hier von rechts annähert. Du hast ja ein Vorfahrt gewähren, aber die Fahrzeuge hier müssen ja die Kreuzung frei halten und in der Antwort, die wir gleich bekommen, in den Antworten wird geschrieben stehen, auf was wir achten müssen, warum wir warten müssen und Antwortmöglichkeit ist wegen dem Radfahrer, wegen dem grünen Pkw oder wegen dem Fußgänger und der Fußgänger, der hier gerade hinter dem Roller steht, der ist, wenn man den nicht gesehen hat und du kommst zu den Aufgaben, dann denkst du dir, ja, ja, Fußgänger war bestimmt auch da, das kreuzen wir auch an. Aber der Fußgänger, der stört uns ja absolut nicht. Es gibt fünf Fehlerpunkte, also pass auf. So, jetzt könnten wir uns den Film noch einmal anschauen oder wir gehen zur Aufgabenstellung und wenn wir zur Aufgabenstellung gehen, dann kommen wir, dann werden wir nochmal gewarnt, sind sie sich sicher, ja, und jetzt wird hier die, kommen hier die Antworten, werden die Antworten preisgegeben. Warum müssen sie warten? Wegen des grünen Pkws, wegen des Fußgängers oder wegen des Radfahrers und es ist natürlich der Radfahrer, der hier noch über die Kreuzung fahren könnte, der Grüne muss ja warten und für den Radfahrer wäre eventuell noch Platz, deswegen müssen wir wegen dem Radfahrer warten, aber nicht wegen dem Fußgänger. Okay, wir befinden uns auf einer Vorfahrtsstraße, wir fahren mit 40 Innerhorts, da rennen Kinder über die Straße, pass auf, das Kind rechts auf, das wird gleich hinter dem Transporter auf die Straße rennen. Ja, fünf Fehlerpunkte, wir gehen zur Aufgabenstellung. So, warum müssen wir die Geschwindigkeit verringern? Wegen des Motorrades, wegen des Kindes, wegen des roten Fahrzeuges, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wegen des Kindes. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor ihr Fahrzeug. Wie müssen sie reagieren? Weiterfahren, bremsen, ausweichen, wir werden bremsen, wir werden auf gar keinen Fall ausweichen, weil das Kind wird sich ja wahrscheinlich auf die Straße hechten, um seinen Ball wieder zu bekommen und wenn wir da ausweichen, dann könnten wir das Kind ja treffen und weiterfahren, weißt du ja, ist eh Quatsch. So. Ja, mit welchen Gefahren müssen wir rechnen? Die Kinder werden wieder umdrehen, um den Ball zu holen. Das eine Kind, welches nach rechts rennt, möchte vielleicht zu seinen Freunden rüber und wird sich das Ganze nochmal anders überlegen, wird nochmal auf die Straße rennen und zu den anderen Kindern rüber rennen. Also einzelne Kinder kehren wieder um. Alle Kinder warten auf dem Gehweg, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, das kreuzen wir nicht an. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig, nicht rechtzeitig, bevor du hier angeprescht kommst. Ja, das kann sein. Aber geht davon aus, dass sie auf jeden Fall ihren Ball noch holen. Wann ist ein Drogenabhängiger zum Führen von Kraftfahrzeugen wieder geeignet? Wenn er seit sechs Monaten kein Rauschgift genommen hat. Erst wenn er mindestens ein Jahr lang nachweisbar drogenfrei ist und zu erwarten ist, dass er nicht rückfällig wird. Wenn er seit einem Monat kein Rauschgift genommen hat. Also, da gehen wir einfach auf die längste Zeit und das ist ein Jahr. Sie warten an einer Ampel und wollen nach rechts abbiegen. Worauf müssen Sie achten? Sie müssen nur im Spiegel beobachten, ob ein Radfahrer hinter Ihnen ist. So, Achtung, wenn in so einer Frage nur drin steht, dann kannst du sicher sein, dass es falsch ist. Sie müssen sich vergewissern, dass kein Verkehrsteilnehmer rechts neben Ihnen ist, der geradeaus weiter will. Sie müssen sich ganz auf den Abbiegevorgang konzentrieren, weil Radfahrer ohnehin warten müssen. Also, wenn du abbiegst, haben wir ja vorhin schon gesagt, dann dürfen die in Längsrichtung weiter gehen oder fahren. Das spricht man dann von Vorrang. Also, immer wenn du den Blinker setzt, dann bist du wartepflichtig gegenüber denen, die weiter geradeaus wollen. Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Es handelt sich um einen Transport leicht verderblicher Lebensmittel. Es handelt sich um einen Gefahrguttransport. Es handelt sich um einen Viehtransport. Das ist ein Gefahrgut. Und zwar wird auf den Zahlen, die auf dieser Tafel markiert sind, mitgeteilt, was geladen ist. Das hat den Vorteil, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein Brand ausbrechen sollte, dann weiß die Polizei, welches Löschmittel sie verwenden, weil sie dann wissen, welche Flüssigkeit dort brennt. Sie nähern sich einem beschrankten Bahnübergang. Wo müssen sie warten, wenn sie bei stockendem Verkehr auf dem Bahnübergang zum Stehen kommen würden? Unmittelbar vor den Schienen, vor dem Andreaskreuz, in Höhe der Schranke. Es ist immer das Andreaskreuz. Das Andreaskreuz sagt dir übrigens nicht Achtung Bahnübergang, das wäre nämlich ein Gefahrenzeichen, sondern es sagt dir, dass dem Schienenverkehr Vorrang zu gewähren ist. Wenn du an eine Kreuzung kommst, du möchtest geradeaus fahren, vor dir sind Trambahnschienen verlegt, die ums Eck gehen, dann würde sich ja die Trambahn beim Abbiegen mit dir kreuzen. Da darfst du zuerst fahren, die Trambahn muss warten. Hast du allerdings ein Andreaskreuz, musst du dem Schienenverkehr Vorrang gewähren. Dann darf die Trambahn als erstes und danach erst du. Was kann schon durch eine 20%ige Überladung eintreten? Verschlechterung des Lenkverhaltens, Überbeanspruchung der Bremsen, Schäden an tragenden Fahrzeugteilen. Ja, ja, ja. Okay, also Lenkverhalten, ganz klar, du hast mehr Masse, die bewegt werden muss. Wenn du jetzt einlängst, dann möchte natürlich die träge Masse weiter geradeaus. Dementsprechend wird dein Lenkverhalten negativ beeinflusst. Bremse ganz genauso. Die Masse drückt natürlich. Du gehst in die Bremse rein. Du musst viel mehr Masse abbremsen. Schäden an den Fahrzeug teilen. Ja, wenn die Karosserie und die Federung und alles dafür nicht ausgelegt ist, dann kann natürlich die auch Schaden davon nehmen. Wann dürfen Sie einen unbeschrankten Bahnübergang mit Blinklichtanlage überqueren, nachdem ein Zug durchgefahren ist? Wenn das rote Blinklicht erloschen ist. Sobald der Gegenverkehr anfährt, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet. Sofort nach Durchfahrt des Zuges, auch wenn das rote Blinklicht noch leuchtet. Ja, ist halt praktisch wie eine Ampel. Wenn da irgendwelche Einrichtungen wirksam werden, wenn da ein Bahnbediensteter steht mit seiner Flagge oder irgendwie die Ding, 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 Ding losgeht. Wer ist für den verkehrssicheren Zustand eines zugelassenen Fahrzeugs verantwortlich? Die Haftpflichtversicherung. Der Halter. Der Fahrer. Also tatsächlich der Halter und der Fahrer. Der Halter ist derjenige, dem das Fahrzeug gehört, auf dem das Fahrzeug zugelassen ist. Und der Fahrer ist derjenige, der halt fährt. Also sprich du zum Beispiel. Ja, und du musst dich darüber vergewissern, dass zum Beispiel alle Reifen die Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimetern aufweisen oder dass der TÜV nicht abgelaufen ist. Und so Sachen. Und solltest du zum Beispiel in eine Polizeikontrolle kommen und die kontrollieren, wie tief dein Profil ist und es ist weniger als 1,6 Millimeter, dann bekommst du die Punkte und die Strafe. Sie kommen als Erster an eine Unfallstelle mit Verletzten. In welcher Reihenfolge gehen sie vor? Das Wichtigste, wenn sowas kommt mit Reihenfolge und Unfall, das Wichtigste ist immer, dass du die Unfallstelle absicherst, damit keine weiteren Unfälle passieren. Das ist die richtige Antwort. Also in dem Fall sogar die erste. Unfallstelle absichern. Erste Hilfe leisten. Rettungsdienst alarmieren. Ja, also du kreuzt einfach die Frage an, wo Unfallstelle absichern als erstes steht. Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe auf ebener Fahrbahn. Wie sollten Sie schalten, um besonders umweltbewusst und sparsam zu fahren? Okay, also Stichwort ist manuelles Schaltgetriebe. Das, was du meistens in der Fahrschule hast. Wobei jetzt, ab dem 1. April, darfst du ja sogar deine Prüfung auf einem Automatik- beziehungsweise Elektrofahrzeug machen. Wenn du 10 Fahrstunden auf dem Schaltgetriebe den Fahrzeug nachweisen kannst, bekommst du ja keinen Automatikeintrag. Und ja, das macht es dir eventuell etwas einfacher, dich auf das Verkehrsgeschehen zu konzentrieren. Gänge bis in den oberen Drehzahlbereich ausfahren und dann schalten. So spät wie möglich zurückschalten. So früh wie möglich hochschalten. So, 2 und 3 ist richtig. Und zwar aus dem Grund, umso später du zurückschaltest, desto länger rollt dein Fahrzeug. Umso früher du hochschaltest, desto weniger Kraftstoff verbraucht das Fahrzeug. Möchtest du genau wissen, warum das so ist? Dann komm doch einfach zum nächsten Livestream auf Twitch. Immer mittwochs und sonntags um 20 Uhr. Und da machen wir solche Fragen gemeinsam live. Und dann kannst du auch deine Fragen dazu stellen. So, welches Verhalten ist richtig? Wir haben ein Vorfahrtgewehren. Der Motorradfahrer ist auf der Vorfahrtstraße und das gelbe Fahrzeug kommt von rechts. Das heißt, der Motorradfahrer darf als erstes fahren, danach das gelbe Fahrzeug und zum Schluss wir. Fünf Punkte, also eine Vorfahrtsfrage. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Ja. Ich muss den orangefarbenen Pkw durchfahren lassen. Ja. Ich darf vor dem... Nein, dürfen wir nicht. Wir sind die Letzten, die fahren. Aber gute Frage. Welches Verhalten ist richtig? Wir haben keine vorfahrtsrelevanten Verkehrszeichen. Das heißt natürlich die Regel, rechts vor links gilt, also der gelbe Pkw... Äh, der grüne Pkw darf zuerst fahren. Wir müssen warten. Ich muss warten. Okay, wir haben alle Fragen durch. Schauen wir nochmal ganz kurz in den Zusatzstoff. Ja, alle Fragen durch. Dann gehst du mit deinem Finger auf Abgeben. Sind sie wirklich, wirklich sicher? Wir sind sowas von sicher. Und dann sehen wir, dass wir die Prüfung auch dieses Mal wieder mit Null Fehlerpunkten bestanden haben. Suchst du ein Video zum Thema Zahlenfragen? Das verlinke ich dir oben rechts. Da kannst du drauf tippen. Da kommst du zum Video Zahlen. Und ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn dir das Video geholfen hat, dass du in dem Video einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du Freunde hast, die auch Hilfe brauchen, dann teile doch dieses Video mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.